Ich habe nicht viel Zeit und brauche ein paar Sachen für eine Freundin. Natürlich. Haben Sie Tap-Pants? Ja. Wir führen sie in Seide und Nylon. Die Lady ist 1,68 und hat Größe XS. Also, ich hätte gern zwei aus Seide. Haben Sie Seiden-Negligees, die dazu passen? Haben wir. Oh, die haben einen schönen Griff. Was heißt das? Daran orientiert man sich, weil man Anzugsstoffe aussucht. Die besten Stoffe kommen derzeit aus Mailand. Es geht um die Qualität des Stoffs, wie er fällt, wie er sich anfühlt. Okay. Dann bitte noch Strapse, zwei Paar. In derselben Farbe. Sie sollten Strümpfe tragen. Ich trage Strümpfe. Sieht für mich nach Strumpfhose aus. Ist aber keine. Was ist mit Büstenhaltern? Sie trägt keine Büstenhalter. Scheint eine sehr interessante Frau zu sein. Wie lange kennen Sie sie? Drei Tage. Drei Tage und Sie kaufen ihr Unterwäsche? Packen Sie es bitte als Geschenk ein. Das war gut. Bleiben Sie dran. Er kommt noch mal wieder. Alles klar. Bleiben wir an ihm dran oder an seiner Frau? Das war gut. Offen Sie war gut. Du hast du mit ihm.